Ich muss nicht hassen wie ein Pädelschirm Sie haben es wirklich wirklich genutzt. Das schöne Mädchen wird mit mir in unseren Ohren drüber. Was? Warum nicht? So ist es aber nicht hier. Du musst doch vorher fahren bei dir ründern dürfen. Ich stehe dir in meiner Ergangsbäckchen Verdammt, na du, ich komme jetzt nicht später an. Was macht sie wieder? Das ist doch halt spannend. Das ist doch halt spannend. Oder? Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Dann schaut man ja vor. Für mich wird in zwei Stunden auch nie zu Ende gehen. Nur dich, mein Mädchen, will dich, wie wir sie nennen. Absprosion Wasser! Feuer! Konstantation! Hey, was geht denn? Zurück, alle Mann, hinter der Linie auf Heine! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020